so da bin ich wieder zurück zu transformers wir waren hier stehen geblieben mit mit proplex ich muss jetzt mal kurz gucken was hier noch ist ich höre die ganze zeit so ein vieh ich weiß auch was es ist aber ich finde es nicht aber egal was ist hier drin die nämlich orbital sender zeichnet mir glaube ich die gegner an wo die rumlaufen bist du viel da ist es haa hier berühmter spruch von soundwelf ähm decepticons da hat uns jetzt mal abgelenkt hier mit seinem viel ich habe mich die ganze zeit gewundert woher kommt was ist das das ist doch die hier einfach weitermachen einfach einmal die letzte warbkanone weil schießt mich ja schon dann so die man mit es platt aber ist nicht schon abschießen weil gegen die muss ich ja gleich kämpfen alle sonst halte ich dann zu viel mache ich lieber erst mal schnell weg wenn ich es auch treffe wirklich nicht wirklich ich bin wirklich ich blätter so jetzt davon mit metroplex los es macht was Wie kann ich dir helfen, Optimus? Optimus! Der Marauder hat uns abgeschraubt! Wir nehmen ihn zusammen! Wir nehmen ihn in! Let's move the으니까! Alles gut! Schufe das, der nicht! Schufe das, der nicht! Pfeifen das, der nicht! Dankeschön, Dankeschön. Jetzt zwingt's schon langsam an, das Spielvorschein jetzt langsam. Optimus, der Marauder hat uns abgedrückt! Wir nehmen ihn zusammen. Seid mir. Wir nehmen ihn abgedrückt! Der Marauder, der Schiff kommt! So, verpiss dich! Uiuiui! Oh ne, ich muss weit ran! Jetzt! Die letzte Warp-Kanone! Oh mein Gott, was passiert jetzt? Nein! Na sag ich mal, den hat's aus den Latschen gekippt. Oder aus den Socken gehauen. Oh, 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 oh! Jetzt schießt das Ding noch auf uns! Hallo! Das ist nicht gut. Oh, was ist das? Ach ja, hier. So, hm, wo die hinschießt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die meisten fahren, 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 fahren auf der Autobahn! Oh, 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 oh! Sieh, das ist ganz schön super. Ziemlich alt. Hat für Musik und Recht. Das heißt wirklich, keine Ahnung, wie die Gruppe hier ist. Sieh, jedenfalls, der Titel, fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Wege der ingredienten und schockt in den scheiden. So wie die Gruppe hier, haben wir auch in der anderen Seite, sogar schon zuhaben. Oh! Oh, oh! Was ist denn das? Was ist denn das denn schon? Oh, oh! Ich werde das wieder vergessen! Ah genau, zu Glück. Oh, ich dachte, der Bug ist jetzt da, ey. Ja, danke schön. Lights out. Wo schleppen sie uns jetzt hin? Ich weiß es, aber ihr wisst es nicht. Wenn du mir liegst, die Arke ist kritisch. Nein, du musst schnell agieren. Wir lieben unser Leben. Wehre dich, ich drücke E, ich wehre mich. Schau, was ich gefunden habe. Optimus Prime. Das ist, was sie dich jetzt nennen, nicht wahr? Megatron. Witzig, nicht wahr, Megatron? Wie schnell ich mich verletzte, den du einen Anwalt hast. Du könntest... Silence! Oh mein Gott. Megatron. Der R2 von Optimus Prime. Megatron, ich werde dich verletzen. Ich werde dich verletzen, wenn alle von dir sterben sind. Nein! Oh mein Gott. Skrupellos bist du. Geht nicht mehr. Boah. Boah. Oho. 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 Umных Steht. Oho. Oho. Und zack! Oh Megatron, was sagst du jetzt noch? Und nochmal, bäm! Und noch ein, bäm! Und noch ein, bäm! Zack, jetzt ist er weg. Oh man, Geistgän. Geistgän, jetzt! Decepticons, Megatron has perished, betrachtet von seiner fuhlischen Freude. Ah, Starscream, ich bin dein Liedger jetzt. So. Megatron ist gestorben. Und Starscream, der Jet, der jetzt gerade wegfliegt, hat jetzt das Kommando übernommen. Soundwave trauert Megatron nach. Now that's a sight my optics long to see for some time. Enjoy the movement. It may have cost us our future. No. You mean all the energon we save for the Ark is gone? There's barely enough left to last a Megacycle. We need to find more energon. And quickly. I have a hunch Grimlock. They know where to start. Grimlock? He deserted us. He left his post for a reason. I want to know why. Jazz and Cliffjumper are tracking him now. So, jetzt wisst du's. Jetzt wisst du bescheid. This is as close as I can get to Grimlock's last known location until the Ruststorm clears up. It'll have to do, Sideswipe. You ready, Cliffjumper? Always. Try not to have too much fun without me. Alright, just keep your channels open in case the Rescuers need some rescuing. Haha, let's do it! So, da sind wir jetzt. Kapitel 4, Auge des Sturms. An dieser Stelle mache ich jetzt wieder Schluss für... Heute. Und, ähm, dann sehen wir uns bei dieser Mission eben, oder wenn ich's den Part, ähm, mit Cliffjumper. Hier, Rot, jetzt, ich. Und Jazz da hinten. Dann, macht's jut! Gut!